Es ist Zeit, dafür euch mal wieder so richtig einzusetzen. Wir machen das so, ich erzähle eine kleine Geschichte und ihr macht den Soundtrack dazu. Ihr seid quasi 70.000 Mal Special Effects. Das Lied fängt an mit, es passierte am Abend des 4. April, die Sonne ging unter, es war gerade ziemlich still. Dann müsstet ihr vielleicht die Stille imitieren. Dann geht's weiter mit Krähen. Nur ein paar Krähen waren zu sehen. Kra, kra, kra. Nur ein paar Krähen waren zu sehen. Sehr gut. Dann kommt, ich dachte nach über einige Sachen, die Menschen so tun, plötzlich musste ich lachen. Ja, nicht alle durcheinander. Ha, 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 ha. Das ist noch ein bisschen langweilig. Wie wäre es mit ha, 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 ha? Gut, aber die Mädchen machen das hier und die Jungs machen das ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ja, es war ein bisschen langsamer, aber eins, zwei, drei, vier. Ha, 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 ha. Sehr gut. Und dann kommt der Höhepunkt, der Blitz. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Die erste Reihe weiß es schon, die anderen wissen es vielleicht noch nicht. Der Blitz geht mit der linken Hand, wenn ihr eine linke Hand habt, wenn nicht, sorry. Von links oben nach rechts unten. Und zwar ganz schnell nicht etwa so, wart, wart, wart. Und dann runter, sondern so. Erstmal nur die Hände. Eins, zwei, drei, vier, Blitz. Es muss viel schneller gehen, Leute. Und auch auf den Hügeln. Ich kann euch sehen. Louis, du kannst ja vielleicht noch mehr Licht anmachen, dann fühlen sie sich beobachtet. Hey, es funktioniert. Es funktioniert. Okay. Arme runter und Blitz. 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 Ihr seid so gut, vielleicht können wir den zweithändigen Blitz machen. Über Kreuz. Blitz. Dazu kommt natürlich noch das typische Blitzgeräusch. Genau. Wie wir seit dieser Tour wissen, macht der Blitz. Also der Blitz will quasi, dass ihr alle die Fresse halte. Okay. Wir probieren das nochmal in Zeitlupe. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Und jetzt schnell. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Gut. Hey, ihr seid noch nicht in einem Berg. Jetzt kommt das ganze Dienst. Also, Stille. Creme. Und der Blitz. Und der Blitz. Sind hier noch Wohnungen frei? Okay. Blitz. Gelächter. Es passierte am Abend des 4. April. Die Sonne ging unter. Es war gar ziemlich still. Nur ein paar Krähen waren zu sehen. Sie waren unterwegs, ich weiß nicht wohin. Ich sah sie langsam gern Osten ziehen. Ihr habt frei. Ich dachte nach über einige Sachen, die Menschen so tun. Plötzlich musste ich lachen. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Der Gedanke traf mich wie ein Schlag. Das ganze Leben ist nur ein Witz. Alles, was wir so anstellen, um anders zu sein, als die anderen, ist nichts als Schein. Und ich sah ein. Wir wollen alle. Mehr oder weniger dasselbe, seit es Menschen gibt. Mit Wasser, Wasser und Ruhe und zum Geist in einem Welt und jemand, der uns liebt. Wie weit geht Originalität zum Kulturelle Identität? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Wo denn gerade beim Thema sind, wüsste ich ja mal. Sind es ein Wort in der Wort, wo sie fliegt an? Oder wirkt das zu national? Es gibt so viel, was wir mit gern, weil wir so gerne was Besonderes wär. Ich glaub, ich gründe den Verein, da darf kein anderer niemanden. Ganz egal, was du tust, ganz egal, denn du blitzen die einfachen Wahrheit. Wir wollen alle. Alle. Mehr oder weniger dasselbe, seit es Menschen gibt. Ein Grund, unser Milch, und das Griechenlandland, die macht, wer uns mit. Jemand, der uns liebt. Jemand, der uns wünscht, wenn er hat und nicht will. So tut er, ist das ruhig, und dann ist das wirklich gut. Wir wollen uns. Ich bin für die Sonne genommen, und zuerst in dein Bett, und jemand, der uns das Frühstück ans Bett bringt. Und Abend, ein Lied, mit MP3-Player, mit Arliss und Slayer. Natürlich, gefühlig und gar keine Frage Diese gigantischen Kinderanlage Und? Untertitelung des ZDF für funk, 2017